Transfers werden immer kostspieliger. Speziell den großen Vereinen wird heutzutage immer mehr Geld in die Kassen gespült, doch auch Mittelklasse-Clubs der Premier League erhalten dank der TV-Gelder genügend Einnahmen, um viel Geld in neues Spielermaterial zu investieren und umgekehrt viel Geld für ihre Spieler zu erhalten. Gerade die finanziell schwächeren Klubs bemühen sich daher jährlich darum, Spieler, die eine untergeordnete Rolle spielen, für mindestens ein Jahr auszuleihen und die weitere Entwicklung abzuwarten, um eine feste Verpflichtung auszulütten. Auch in der Bundesliga ist dieses Prinzip gang und gäbe, weshalb wir uns um einen Ausblick auf die Zeit nach der laufenden Saisons bemühen. Im Folgenden präsentieren wir zehn Akteure, die noch bis zum Saisonende von ihren Stammvereinen ausgeliehen sind und deren Zukunft sich teilweise schon entschieden hat. Bereits in der vergangenen Rückrunde offenbarte Luka Jovic sein Potenzial, doch in dieser Saison hat der serbische Angreifer den endgültigen Durchbruch bei Eintracht Frankfurt geschafft. In 16 Bundesligaspielen erzielte er 13 Tore und weckt das Interesse vieler Vereine. Den entscheidenden Vorteil hat allerdings die Eintracht, die ihn im Sommer 2017 für zwei Jahre von Benfica Lissabon ausgeliehen hat. Demnach wurde im Leihvertrag eine Kaufoption in Höhe von 7 Millionen Euro verankert, ein Schnäppchen für einen Spieler mit diesem Kaliber. Dass die Kaufoption gezogen wird, gilt als reine Formalie. Aaron Martin hat sich beim FSV Mainz 05 auf Anhieb zum Stammspieler entwickelt. Der Linksverteidiger kam im Sommer von Espanol Barcelona, stand in 17 Bundesligaspielen auf dem Platz und schloss die Lücke. Die auf der linken Abwehrseite vorhanden war. Dass die Rheinhessen den 21-Jährigen fest verpflichten werden, steht bereits fest. Aufgrund einer Kaufpflichtklausel, die nach dem 10. Einsatz des Abwehrspielers griff, wurde der 6 Millionen Euro teure Transfer bereits im November perfekt gemacht. Vor drei Jahren verpflichtete der FC Liverpool Marco Grigic von Roter Stern Belgrad, doch der zentrale Mittelfeldspieler konnte an der Enfield-Roth noch nicht überzeugen. Nach einer sofortigen Leih nach Belgrad sowie einem weiteren Engagement bei Cardiff City wurde der 22-Jährige im Sommer bei Hertha BSC Berlin zwischengepackt. Bei den Hauptstädten sammelte er aufgrund mehrerer Verletzungen am Sprunggelenk lediglich acht Einsätze, doch in Berlin scheint man mit Gruzis Entwicklung zufrieden zu sein. Wie die BID meldet, liege die Entscheidung grundsätzlich beim FC Liverpool, doch sowohl Grigic selbst als auch die alte Dame würden gerne noch ein weiteres Jahr zusammenarbeiten. Beim FC Watford konnte sich Angreifer Dodi Luke Bakio in seinem ersten halben Jahr nicht auf sich aufmerksam machen, weshalb er an Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verliehen wurde. Die Rheinländer stehen nach 18 Spieltagen mit 21 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz, nicht zuletzt dank Luke Bakio. Der pfeilschnelle Angreifer erzielte beim kuriosen 3 zu 3 gegen Bayern München den ersten Dreierpack in seiner Karriere, steht nach 18 Pflichtspielen bei 11 Toren und macht sich somit für das Sommertransferfenster interessant. Die Fortuna, die keine Kaufoption besitzt, wird sich solch einen Transfer allerdings aufgrund der wohlmöglich hohen Ablösesumme, die mit Luke Bakios bisherigen Leistungen einhergeht, nicht leisten können. Ähnlich wie Jadon Sancho wagte auch Nachwuchstalent Reis Nelson in diesem Sommer den Sprung von der Premier League in die Bundesliga. Der variable Angreifer macht bei der TSG Hoffenheim auf sich aufmerksam. Er zielte unter der Leitung von Trainer Julian Nagelsmann sieben Tore in 21 Einsätzen und gilt als eines der vielen englischen Talente für die Zukunft. Ein Verbleib in Sinsheim ist allerdings ausgeschlossen. Die Verantwortlichen würden ihn demnach gerne noch ein Jahr ausleihen, doch der Spieler selbst wollen nach der Saison zur Arsenal London zurückkehren. Als Ersatz für den am Sprunggelenk verletzten Joel Pujanpalo sicherte sich bei Leverkusen die Dienste von Isaac Kisitalin. Der Mittelstürmer wurde zunächst leihweise bis Saisonsende verpflichtet, allerdings sicherten sich die Leverkusener eine Kaufoption in Höhe von 4 Millionen Euro. Die dürfte Stand jetzt allerdings nicht gezogen werden. Kisitalin konnte in seinen bisherigen zwölf Einsätzen selten überzeugen, er zielte lediglich in der Europa League ein Tor und ist hinter Kevin Volland und Lucas Alario, der möglicherweise zu Real Betis Sevilla wechseln wird, lediglich Stürmer Nummer 3. Kevin Wimmer sollte bei Hannover 96 eigentlich die Lücke schließen, die Salif Sané nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 hinterließ. Doch der Österreicher, der nach drei Jahren wieder in die Bundesliga zurückkehrte, konnte nur wenig überzeugen und steht daher erst bei zwölf Einsätzen in der Bundesliga. Zwar besitzen den Niedersachsen eine Kaufoption, doch neben den gescheiterten Erwartungen ist ein fester Transfer finanziell wohl kaum machbar. Wie berichtet wurde, muss Hannover Wimmer bei 24 Bundesliga-Einsätzen für zwölf Millionen Euro verpflichten, eine Summe, die sich der Verein nicht leisten kann. Nach dem Abstieg mit dem Hamburger SV erhielt Bobby Wood noch einmal eine zweite Chance in der Bundesliga. Hannover 96 lieh den 45-fachen US-amerikanischen Nationalspieler für ein Jahr aus, doch ähnlich wie Kevin Wimmer konnte Wood die Erwartungen bis dato nicht erfüllen. In 15 Einsätzen erzielte er drei Tore, zudem begann er nur elfmal in der Startformation. Aufgrund der langwierigen Verletzung von Niklas Vöhlkrug ist er aktuell die Nummer eins im Sturm, doch die Qualitäten reichen auch im Hinblick auf die Kaufoption über 7,5 Millionen Euro nicht aus, weshalb ein fester Transfer nur wenig Sinn machen würde. Heike geht es derweil beim FC Bayern München zu. Nachdem James Rodriguez zunächst bis Sommer 2019 verliehen wurde und in seiner ersten Saison zu den besten Spielern des Rekordmeisters gehörte, schien eine feste Verpflichtung dank der Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro nur eine Frage der Zeit. Seit Niko Kovac das Traineramt im Sommer übernahm, ist die Zukunft des Kolumbianers jedoch ungewiss. Immer wieder heißt es, dass James zurück nach Madrid wolle, obwohl er immer wieder betont, dass er sich in München grundsätzlich wohl fühle. Doch unter Kovac kommt er meist nur von der Bank und darf nur selten ran, weshalb sich die Verantwortlichen bei der Transferfrage noch Zeit lassen wollen. Kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode feierte Eintracht Frankfurt die Rückkehr von Kevin Trapp. Der einstige Torhüter wurde für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen und etablierte sich auf Anhieb zur neuen alten Nummer 1 bei den Hessen. Logisch, dass sich Freddy Bobic und Co. darum bemühen, Trapp über die Saisons hinaus zu halten. Der Spieler selbst scheint einem weiteren Verbleib in Frankfurt gegenüber nicht abgeneigt, will jedoch die Entwicklung des Vereins abwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017